Heute stelle ich euch einen Rollenhalter vor, der Filamentspulen von 2,5 kg aufnehmen kann. Diesen Rollenhalter habe ich selbst in Rhino modelliert, da ich bis jetzt keinen für 2,5 kg Spulen mit einem Durchmesser von 30 cm gefunden habe, die man auf einem Drucker mit einem maximalen Bauvolumen von 20 x 20 cm drucken kann. Der Rollenhalter wird in 13 Einzelteilen gedruckt. Diese benötigen eine Gesamtdruckzeit von 15 Stunden bei einer Auflösung von 250 µm und einer Druckgeschwindigkeit von 50 mm pro Sekunde. Nach dem Druck müssen die Rahmenelemente zu zwei Rahmen verklebt werden. Hierzu verwende ich Sekundenkleber mit Aktivator, um eine genaue Positionierung der Elemente zu erreichen. Anschließend werden die Querstreben auf den unteren Rahmen geschraubt. Die Innengewindeeinsätze werden auf die Gewinde der Streben geschraubt. Dann wird der Rahmen aufgesteckt und anschließend die Drehgriffe mit Sekundenkleber mit den Einsätzen verklebt. So können die Gewinde nicht mehr aus dem Rahmen fallen und lassen sich dennoch gut drehen. Die Filamentrolle lässt sich am besten montieren, wenn der Halter auf der Seite liegt und die Rolle einfach von oben aufgesteckt wird. Anschließend kann der obere Rahmen im Liegen verschraubt werden. Danach können die unteren Streben in Position gedreht werden. Bei den kleinen Streben dient die mittlere Öffnung als Filamentführung, durch die das Filament geführt werden kann. Dazu muss die Strebe um 90 Grad gedreht werden. Die andere Strebe kann zur Fixierung des Halters auf dem Untergrund oder an der Wand dienen. Dazu können zwei Schrauben durch die beiden seitlichen Öffnungen geführt werden.